Bei PSG soll es einen Trainerwechsel geben, so weit so bekannt, aber wer wird denn Paris Saint-Germain übernehmen? Tja, das ist relativ unsicher. Es gibt unter anderem das Gerücht mit Zinedine Zidane, aber der soll sich nicht bei PSG als Trainer sehen. Er will lieber die französische Nationalmannschaft. Und dann gibt es natürlich noch Antonio Conte von Tottenham aktuell. Auch er könnte dieses Amt übernehmen. Er ist eher so ein Hardliner als Trainer, aber es gibt jetzt noch weitere, die ins Spiel kommen und einer davon ist tatsächlich Joachim Löw. Er wird sehr geschätzt im Ausland, ist ja auch interessant, also in Deutschland mittlerweile als Trainer, naja, vielleicht so ein bisschen verbrannt, nachdem er, also nach 2014, wie gesagt, da hat er einen Titel geholt, aber danach eben nicht mehr viel gerissen. Und gerade 2018 und jetzt 2021 die EM dann sehr schwierig für ihn jetzt hier einen Top-Job in Deutschland zu kriegen, aber anscheinend im Ausland immer mal wieder auch mit Real Madrid in Verbindung gekommen, jetzt mit PSG. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass man Joachim Löw nimmt als Trainer. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, und das meine ich wirklich nicht böse, aber ob er die Qualitäten hat für so einen Klub wie Paris Saint-Germain, ich persönlich glaube eher nicht. Ich würde an PSG-Stelle irgendwie versuchen, Zidane zu kriegen, wenn das nicht geht. Er konnte, boah, ich weiß nicht, ob der zu dem Klub passt. Auf der anderen Seite vielleicht gerade mal so ein Hardliner passt vielleicht mal, der wirklich die Spieler richtig triezt. Vielleicht brauchen sie das auch. Also ich weiß noch, damals Real Madrid hat sich sehr stark gegen Konto gestellt. Die Spieler wollten ihn nicht, weil sie quasi Angst hatten vor ihm. Naja, eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach. Wir sehen uns später wieder und sehen uns später wieder und sehen uns später wieder.